Mit Landjugend verbinde ich eine sehr intensive Zeit und viele Bekanntschaften und Freunde. Ich habe sehr viel Aufregendes erlebt und vor allem haben wir sehr viele kurze Nächte gehabt. Landjugend ist bzw. war für mich die Schule fürs Leben. Ich habe während der Landjugendzeit viel erlebt, habe auch meine Frau kennengelernt und meine Tochter gezeugt. Es war einfach eine lustige, tolle Zeit und ist immer noch ein bisschen eine lustige Zeit, wenn ich einmal von daheim vorkomme. Und deswegen ist die Landjugend eigentlich das Coolste, was es gibt auf der Welt. Liebe Grüße aus der Steiermark, ich, der Hannes und die Magdalena freuen uns, dass die Landjugend heute 60 Jahre Geburtstag hat. Und wir wünschen euch eine Riesen-Gaudi und eine Party und die Landjugend war ja für mich schon für toll und wird für die Magdalena dann auch irgendwann ganz, ganz toll werden. Und wir wünschen euch heute noch eine lustige und tolle Party. Gell? Gell? Gell. Gell?